Deshalb solltest du niemals alle Apps bei deinem iPhone schließen. 90% aller iPhone-Nutzer machen diesen Fehler und schließen regelmäßig alle ihre Apps. Und genau da liegt das Problem. Wenn du jetzt eine App öffnest, wird diese komplett neu gestartet und lädt deutlich langsamer. Zusätzlich zieht es viel mehr Akkuleistung. Das führt wiederum dazu, dass dein Akku deutlich schneller verschleißt, wie zum Beispiel hier zu sehen.